hallo und herzlich willkommen auf masses clash channel ihr seht schon wir haben ein neues hintergrundbild denn das neue update im dezember ist jetzt endlich auch bei mir auf meinem handy gelandet das ist ungefähr seit fünf tagen jetzt raus und das update ist richtig richtig cool und ich werde jetzt einfach mal ein paar allererste eindrücke hier zeigen naja was heißt allererste eindrücke ich habe schon ein bisschen gespielt ich bin leider in den letzten tagen nicht so dazu gekommen aber jetzt kann ich endlich ein video machen über die neuen änderungen die ich jetzt auch mal live zeigen kann und es dauert schon etwas länger man merkt schon dass das spiel etwas mehr laden muss was vermutlich daran liegt dass wir jetzt eine deutlich größere base haben und zwar von 40 auf 44 mal 44 vergrößert ihr seht schon richtig richtig cool das ist fast mein lieblingsfeature im neuen update wir haben endlich einen rand der drei kleine kachelchen breit ist das heißt meine großen bäume stehen nicht mehr über den rand hinaus und ich habe endlich eine wunderschöne base wie wenn ich das vorher schon gewusst hätte dass das kommt richtig richtig cool ein paar meiner kleinen dekorationen hier stehen jetzt aber etwas weit ab ich bin noch am überlegen ob ich sie dann weg machen werde vermutlich irgendwann wenn ich in richtung rathaus 10 gehe dann werde ich das wohl machen müssen aber jetzt schauen wir uns mal an was es denn so neues gibt auf rathaus level 9 gibt es ja jetzt nun den freeze zauber und ich habe hier schon einen aufgesetzt beziehungsweise einen habe ich hier schon drin und die freeze zauber sind fünf sekunden lang eine hilfe und das ist richtig richtig cool wenn man hier mit rathaus level 9 gegen rathaus level 10 kämpfen möchte für rathaus level 9 gegen rathaus level glaube ich macht das eher weniger sinn und ich werde jetzt auch gleich angreifen gehen mit meinen truppen und schauen ob ich einen rathaus level 10 erfinde bei dem ich den freeze schon mal einsetzen kann und dazu brauche ich aber natürlich noch meine königin die hier noch ein schönes nickerchen macht so jetzt haben wir auch meine königin da und ihr seht ich habe gerade einen 11 stunden 40 schild den habe ich mir gerade eben vorher eingehandelt durch eine wunderschöne verteidigung gegen marco wo ich die zwei sterne wurde mit 56 prozent heißt ein 12 stunden schild da über 30 prozent aber unter 60 prozent wäre ich jetzt über 60 prozent wären es 14 stunden und wäre ich über 90 prozent hätte ich einen 16 stunden schild bekommen aber das möchte ich dann doch lieber nicht dann bleibe ich doch lieber irgendwo unter 50 prozent angriffs log seht ihr ich habe schon drei tage nicht mehr angegriffen heißt es wird jetzt endlich mal zeit dann suchen wir doch einfach mal irgendjemanden und ihr seht schon hier unten steht wie lange mir der schild abgezogen wird drei stunden an schild verliere ich insgesamt wenn ich einen gegner angreife momentan habe ich knappe zwölf stunden das dürfte eigentlich reichen und oh mein gott das allererste ist natürlich ein rathaus level 11 mit einem held auch noch und ein maxed out rathaus 10er na super normalerweise würde ich hier oben auf meister nie und nimmer einen rathaus 11 angreifen aber weil ihr das seid muss ich das wohl oder übel machen ich habe auch noch riesen dabei und das ganze auch noch gegen wunderbar gegen infernos muss ich erstmal überlegen ich glaube ich gehe von links oben oder soll ich demonstrativ von rechts unten gehen gegen den grand warden den großen wächter ich glaube ich gehe einfach demonstrativ von rechts unten rein schauen wir mal ob wir hier den weg aufkriegen sehr gut da haben wir schon mal auf und da haben wir auf und dann gehen wir hier links und rechts mit den riesen rein die magia setzen wir hinterher in einer langen schleife king und queen kommen da rein dann haben wir mal schauen da king und queen hinterher ein jump spell kommt hier drauf hier setze ich den ersten heil zauber die riesen laufen alle super rein gefällt mir ganz gut der freeze zauber hier drauf hier habe ich noch ein gift zauber könig wird gezündet noch ein heil zauber in die mitte heiler hinterher oh mein gott so ein gewusel hier na ich glaube das wird nichts hier in der mitte werden jetzt die ganzen sind die ganzen entfernen aktiv mein könig ist da noch da meine magier sind da mein könig greift jetzt das erste mal das rathaus an meine königin wird hier rechts noch geheilt aber die gegnerischen truppen sind einfach zu stark der versuch waren natürlich aussichtslos und ich bin leider auch nicht der beste riesen angreifer wie man vielleicht gesehen hat tja das war's dann wohl adee schöne 22 pokis aber ich muss natürlich nachher noch einmal einen angriff zeigen den ich auch gewonnen habe wo ich dann auch etwas von dem boni loot bekommen habe denn das neue system ist natürlich super super cool man bekommt ab sofort ja je nach zerstörung boni was meiner meinung nach eine richtig gute änderung ist denn je mehr man zerstört desto mehr bonus bekommt man auch und der bonus würde auch allgemein deutlich deutlich angehoben und ihr habt jetzt gesehen ich habe jetzt acht stunden 36 minuten schild heißt mir wurden da meine drei stunden abgezogen und wenn ich jetzt noch mal angreifen wollte würde ich vier stunden verlieren dann fünf stunden und so weiter und so fort außerdem gibt es hier noch ein paar neue achievements hier ganz unten anti artillerie zerstöre 20 adler artillerien in mehr spieler kämpfen genauso wie spende zauberlager kapazität im wert von 100 zaubern geteilte freude ist doppelt so jetzt können wir uns auch noch das neue spenden menü anschauen wir haben hier mal drauf geklickt rostock soziale hätte gerne alles dann geben wir ihm doch einfach mal alles wir haben hier ein paar magier rein und ihr seht die magier verschwinden hier unten drin in dieser kleinen leiste da stehen nämlich ab sofort die truppen drin die schon drin sind genauso wie der zauber der dunkle zauber der reinpasst er hatte jetzt schon einen gift zauber drin der steht hier ganz rechts unten im eck und selber bei mir würden meine zauber hier stehen in der mitte ich hätte jetzt noch einen speed zauber arbeit er war ja leider schon voll das war es wieder von mir mit dem gameplay material hier nach dem update und ich werde natürlich weiterhin wieder neue videos hochladen mit gameplay material auch von rathaus level 11 dann irgendwann wenn denn die ersten bei uns dann rathaus level 11 werden und dann ihren großen wächter freigeschaltet haben bis dahin wünsche ich euch noch viel spaß hier auf masses clash channel